Dann werden wir den auch mal nehmen und ihn mal hinterher, ne? Vielleicht kriegt er ja eine geboxt, wenn er frech ist. Was ist das denn? Okay, das können wir nehmen. Von wegen. Ich stehe dir mindestens drei Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Ich hab zuerst gefragt. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja. Ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, Boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organons den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow. Das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ähm, ich bin es, du Troglodyt. Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Oh Gott. Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Aber was ist mit Toni? Ja schon, aber... Obwohl sie gepatzt hat mit Winzel. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal, wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz Unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Darf ich auch mal? Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Aber es funkelt. Na super, ich hasse Deponia. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja? Wie sehr denn? Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Okay, es stinkt. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Oh Mann. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche. Die Spüle leckt. Das Klo läuft über. Der Kühlschrank ist leer. Und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch. Geh arbeiten. Räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Er weiß auch nicht, was er denken soll. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst der Ponyer tatsächlich zu hassen. Hm? Aha. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Ah. Haben wir das Gespräch mal beendet. Ich hab gar nicht versucht, die Flagge zu nehmen. Probier das mal aus. Weil wir haben die ja hochgesappt. Wir nehmen die einfach mal mit. Oder holen wir jetzt mal Goal. Aber, 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 aber. So, dann machen wir weiter hier. Tödliche Schusswaffe. Check. Können wir das jetzt schießen? Yes. Damit er uns nicht sieht, machen wir die Lampe kaputt. Oh yeah. Alle Mann auf Gefechtsstation. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt, bitte weitermachen. Okay, was können wir jetzt machen? Okay, Haken. Versuche jetzt mal, den Lampenschirm zu krallen. Okay, der hat eben gerade gezuckt. Den Schirm habe ich mir schon geangelt. Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Clites durchzugehen. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Okay, wo können wir denn den Mob reinklatschen? Oh Gott. Ist hier irgendwo was mit Öl? Ah, Öltankklappe, okay. Mob, so, jetzt machen wir den mal eklig. Ah, jetzt. Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht. Aha. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Clites. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Das wäre die hier, oder nicht? Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirm-Nummer. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Okay. Das heißt, wo dann können wir hier das anziehen? Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Okay, dann gehen wir mal an den Wachmann hier vorbei. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Clites. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich zwei Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ähm, ja. Und, wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beheilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Oh, okay. Das heißt wohl, wir brauchen das Datasette von diesem... Clito. Clitoris. Clitoris. Cli... Cli... Clities. Clitoris. Wie komme ich da jetzt drauf? Clites heißt der, Wichse. So. Erstmal gucken wir hier in Stashian nochmal rein. Hoffe ich, dass es geht. Finger weg, verdammt! Okay, geht nicht. Wir müssen ihn nochmal überzeugen. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesie-Alben. Nein! Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Äh... Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist dir Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat? Ist das Implantat noch intakt? Ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich der Pony ja nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Ja, klar. Er ist auch so verliebt in sie, genau. Deswegen will er sie benutzen. Oh, die Frage war jetzt wirklich dämlich. So, jetzt nochmal das Kostüm ranziehen. Ja, hehehe. Diesmal hab ich mich... Ja, ja, diesmal hast du dich selber übertroffen. Halt! Wer... Äh, ich? Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie dem Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Ähm, ja. Natürlich. Puh, da sind wir nochmal durchgekommen. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass Sie nochmal drauf reinfallen. Ja, wenn wir hier dauernd hin und her latschen. Holen wir mal unsere Kle... Goal? Oh Gott. Goal! Sapperlot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn. Das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Das haben sie nicht erwähnt. Daher... Wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ah, okay. Das heißt also... Wir leuchten das mal an. Ah. Aha. Eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus Eil zur Rettung. Ah, Rufus Rescue oder was? So, damit wir hier wieder was sehen können, probiere ich das nochmal mit der Taschenlampe aus. Okay, dann geht es da hinten weiter. Machen wir nochmal wieder Taschenlampe-Action. Okay, das führt da längst. Zum Turm gehen wir. Okay, da vorne ist wieder eine Phosphor-Spur. Dann setzen wir da nochmal die Scheiß-Taschenlampe drauf. Oh, da hinten geht es weiter. Genau was ich brauche, um den Zaun zu öffnen. Von Hand wäre das sicher nicht so einfach gegangen. Wo gehen wir da mal hin? Oh, was ist denn hier? Okay, das führt da rein. Gehen wir mal hier links. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, Rufus. Wer kann das schon von sich behaupten? Ein Strohhalm? Was machen wir denn mit einem Strohhalm? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Rufus Rescue oder was? Rufus. Rufus. Rufus.